Wahnsinn. Also und fünf und vier und drei und zwei und eins und Welcome to my house baby take control now we can't even slow down we don't like to go out Warum beißt ihr immer auf die Lippe dabei? Das sieht so schlimm aus. Ich merke das nicht. As I said, you are free to join our game if you want to. Wie kann man nur so deutsch sein wie du eigentlich? Du bist einfach die größte Kartoffel der Menschheit. Die ganzen jungen Leute haben ja heutzutage überhaupt keine Missionen mehr im Leben. Sie sind einfach nur da, betrinken dich, machen John schwarz, aber ich hab immer noch eine ehrbare Arbeit, Dankeschön. Da sagen sie was! Da sagen sie was! Geh mit ihm rüber. Was machst du denn da? Das sah aus, als wenn da was gelbes wär. Komm mal, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Was hast du getan? Das sah aus, als wenn es da weitergeht. Da haben wir abgemacht. Hä, entschuldigung, die können wir das hatten. Nein! Aber jetzt war es das Water Parade. Lässt sich den doch nehmen, aber der Ball muss auf den Boden kommen. Und wo er hält dem Spiel? Water Parade lag, wurde vielleicht lag im Boden. Nein! Nein! Hier, Doppelschlag! Nein! Kahn ist wieder da! Vielleicht doch! Nein! Kahn ist wieder da! Vielleicht doch! Nein! Tauren ist da! Alter! Was ist denn hier los? Bitte! Banan-Snipe! Oh, bitte kein Kliff! Komm, Doppelgeschenk! Pilze! Abfahrt! Nein! Ja, das ist voll geil, der Pilz! Ich hatte einen Blitz! Ich hatte auch einen Blitz! Mann! Sag mir nicht, dass du Kaktuseis nicht kennst. Wie kann man Kaktuseis nicht kennen, Shily? Oh! Geil! Oh, ist das gut! Sechs! Okay, bleiben wir sechst!